Dieser neue Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage, und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 2